Hallo und herzlich Willkommen in Offenhausen. Hätte man mich früher gefragt, wie man denn zusammen buchstabiert, dann hätte ich bestimmt geantwortet Z-U-S-A-M-E-N. Aber seit dem letzten Advent weiß ich, es gibt 100 verschiedene Arten und Weisen, um zusammen zu buchstabieren. Eine davon ist ein Vorbeigehlächeln oder ein erschöpfungsweinend Lachen umarmen. Auch ein Frühstückseinvernehmen vor Kaffeeschweigen ist ein Zusammen. Besonders gerne mag ich die Augenblickverbündeten und die Frustschutzgemeinschaft. Es gibt noch viele, viele weitere Beispiele und vielleicht fällt Ihnen und euch ja noch ein ganz eigenes ein. Man kann da Wörter finden ohne Ende. Wie gesagt, zusammen kann man auf mindestens 100 verschiedene Arten buchstabieren. Wichtig, und da kommt jetzt auch die Verbindung zu unserem Lied, in jeder dieser Arten gibt es Gemeinschaft und in jeder dieser Gemeinschaften finden wir Gott. Denn zusammen ist das Wichtige. Nicht wie dieses zusammen ausschaut, aber zusammen. Und deshalb ist auch heute das Lied, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Da bin ich mitten unter Ihnen. Ein Versprechen von Gott an uns. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen. O zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen. Du zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen. Du zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen. In diesem Sinne seid gesegnet und bleibt behütet. Das wünschen euch eure Ann-Sophie und euer Martin, Pfarrer in Offenhausen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020